Vom 3. bis 13. März öffnet der 86. Genfer Autosalon wieder seine Tore. Traditionell präsentiert sich die Branche zum ersten Mal im Jahr in Europa. Die Autobosse haben 120 Welt- und Europa-Premieren im Gepäck. Alle deutschen Hersteller sind natürlich mit dabei. BMW lässt die Muskeln spielen und zeigt den neuen Siemer als 12-Zylinder mit 660 PS und einer Spitzengeschwindigkeit von 300 kmh pro Stunde. US-Hersteller Ford hat den Wignerl dabei mit viel Durchblick. Volkswagen steht weiter wegen des Abgasskandals in den Medien. Eine deutsche Sammelklage durch eine US-Kanzlei und somit Milliardenzahlungen droht dem Wolfsburger Konzern. Die Konzern-Töchter Audi und Bugatti zeigen ihre Neuheiten. Der atemberaubende Bugatti Chiron hat satte 1500 PS. Satt sind aber auch die Kosten. 2,9 Millionen Euro. Die Konzern-Töchter Audi und Bugatti Chiron hat den Wignerl dabei mit viel Durchblick. Die Konzern-Töchter Audi und Bugatti Chiron hat den Wignerl dabei mit viel Durchblick.